Vor 13,8 Milliarden Jahren hat sich das Universum im Urknall gebildet. Dabei entstanden dann noch Raum und Zeit, das heißt, die gab es davor nicht, weil es auch gar keinen davor gab. In diesem Anfang, als sich der Raum gebildet hat, hat sich der Raum ausgedehnt, was er auch heute noch tut, mit Überlichtgeschwindigkeit. Aber nur für Bruchteile von Sekunden bis vielleicht ein paar Sekunden. Zu der Zeit bestand das Universum auch nur aus Strahlung. Aus dieser Strahlung sind dann die ersten Elementarteilchen kondensiert, sowas wie Quarks, Elektronen, Protonen und Neutronen. Nach einer Weile haben dann die Protonen Elektronen eingefangen und dabei Wasserstoff gebildet. Und das war praktisch die erste Nukleosynthese. Die Protonen und Neutronen und noch ein Proton sind dann miteinander kollidiert und haben dabei Helium gebildet mit zwei Protonen im Kern. Das Universum ist dabei schon immer weiter expandiert. Und der Einfang von Elektronen und Protonen ist auch ungefähr fünfmal effektiver als die Kollision von Protonen und Protonen und Neutronen zu einem Helium. Und aus dem Grund, weil der Elektroneneinfang als Protons viel effektiver ist, gibt es sehr viel mehr Wasserstoff als Helium. Nämlich am Anfang waren ungefähr 80 Prozent Wasserstoff und 20 Prozent Helium. Das ist ja auch bis heute noch so. Unsere Sonne ist ungefähr so zusammengesetzt und das ganze Universum ist immer noch ungefähr so zusammengesetzt. Es gab aber noch weitere Kollisionen von Protonen mit Helium zum Beispiel. Und dabei konnte ein bisschen Lithium entstehen, aber wirklich nur sehr, sehr wenig. Und diese Häufigkeiten sind ein bisschen in diesem Diagramm dargestellt. Also hier sind die Elementhäufigkeiten relativ zu Wasserstoff. Also Wasserstoff ist hier oben. Hier unten ist diese Dichte, ist jetzt nicht so wichtig, das ist die Entwicklung, frühen Sonnensystems entscheidende. Oder hier soll nur gezeigt werden die Häufigkeit. Also hier oben Wasserstoff am meisten, logarithmische Skala auf der Y-Achse. Dann hier die verschiedenen Helium-Isotope. Hier noch ein Wasserstoff-Isotop. Und hier dann das ganz klein bisschen, wenn man das mal anguckt hier, zehn Größenordnungen drunter, das ganz klein bisschen von Lithium hier. Das ist also das Material, das mit dem Urknall entstanden ist und deshalb auch Urknall oder Big Bang Nukleosynthese heißt. Also Wasserstoff hauptsächlich mit 80 Prozent, Helium mit 20 Prozent und dann noch dieses kleine bisschen Lithium. Und hier oben ist das mit dem Urknall.